Ja, wir befinden uns heute beim Winterfest im Skizentrum Angertal. Wir haben wunderbare Bedingungen. Wir haben heuer sehr viel Neuschnee schon seit längerer Zeit. Dadurch ist alles im Betrieb, das hier angeboten wird. Wir sind bereits in der vergangenen Woche mit unseren Volksschulkinder und mit dem Kindergarten Skikurs veranstaltet. Und wir beginnen ab morgen mit allen Gruppenkursen, die es gibt. Wir haben ab morgen das volle Programm, das die Skischule den Winter über anbietet. Und wir nutzen die gute Gelegenheit und die optimalen Bedingungen wirklich mit einem frühen Start in die heurige Saison. Grüß euch, hallo, ich bin der Günther von der Firma HED. Wir haben heute einen coolen Skitest im Angertal herinnen mit den neuesten Produkten für den Winter 2023, 2024. Wir haben eigentlich alles da, sind super aufgestellt. Und ich glaube, es ist echt eine super Vorstellung. Es ist richtig viel los. Wir merken, dass richtig die Emotion wieder da ist zum Skifahren. Der Schnee macht natürlich viel aus. Wir sind richtig happy, dass wir da sein dürfen. Heute haben wir einen ganz besonderen Tag da herinnen im Angertal. 20 Jahre Skizentrum Angertal. Im Dezember 2024 ist eröffnet worden. Genau vor 20 Jahren haben meine Vorgänger schon intensiv an der Planung von dem Skizentrum da herinnen gearbeitet. Man sieht ja, was sich in 20 Jahren entwickelt hat. Wir haben da herinnen eines der größten Kinderanfängerbereiche österreichweit. Wir haben an Spitzentagen über 600 Kinder da. Die Kinder sind für uns natürlich extrem wichtig. Es ist die Zukunft des Skifahrens. Ich bin selber ein glücklicher Familienvater von zwei Kindern. Und ich weiß, wie wichtig das ist, wenn unsere Kinder das Skifahren lernen können. Ja, grüß euch. Wir sind von der Berghäte am Hof gestehen. Wir haben heute einen Sicherheitstag in Angertal herinnen. Wir machen ein paar Vorführungen. Der Patrick, unser Ausbildungsleiter von Ort, macht Pips-Suchen und so Sachen mit den Kindern. Pips-Rekko-Suchen. Ich bin herinnen mit dem Lawinenhund. Oder besser gesagt, da seht ihr jetzt aktuell meinen Nachwuchs. Das ist der Murphy, 10 Monate alt. Ist erst in der Ausbildung, aber macht einem schon gut Spaß. Und natürlich auch die Arbeit da mit den Kindern ist für ihn auch wichtig, dass er so einfach gewohnt wird. Hallo, grüß euch. Wir sind da im Herz Wies im Angertal. Wir haben heuer einen perfekten Saisonstart. Zum Saisonanfang machen wir so ein Winterfest im Angertal. Zum Jubiläum vom 20 Jahre Angertal-Ski-Zentrum Neu. Und wir machen heuer noch eine Weinverkostung mit der Sonja vom Weingut Leidl Putz von Burbach. Und ab halber eins spielt die Blaustutzenmusik von Dorfkasten. Und hoffen wir auf einen netten Nachmittag und einen guten Saisonstart. Ja, vielleicht noch einen kurzen Ausblick vom Skigebiet. Wir haben jetzt seit Samstag wieder weitere Pisten dazu eröffnet. Wir haben die Norde eröffnet. Wir starten jetzt dann auch mit 23. Dezember unseren Skibetrieb am Graukogel. Für alle Graukogel-Fans, wir halten am Betrieb vom Graukogel fest. Wir werden weiterhin den Winter wieder diesen Vier-Tage-Betrieb machen, auch mit dem Reich-Emm-Lift. Es ist ganz, ganz wichtig, dass es auch am Graukogel weitergeht. Und ich freue mich schon, wenn ich euch in unserem Skigebiet begrüßen darf. Und ich freue mich schon, wenn ich euch in unserem Skigebiet.